Drei satte Schläge und es war so kräftig, liebe Zuschauer, jetzt hat's der Krug verwischt. Ja, gibt's denn sowas? Wunderbar. Der Zapfe ist zwar drin, aber der Krug ist hin und zeug, aber nachher gleich. Wunderbar. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Fest und zum beim 170. Heimstaater Volksfest in diesem Jahr. Wir haben das erste Prachtgespann da und während wir sehen, wie der Martin hochsteigt und seine Lehre als Jungkutscher macht, Hans-Peter, vielleicht zum Schwabenbräuzelt mal ein paar Daten. Du hast dir da was vorbereitet, dass man mal weiß, wie groß, mächtig das alles ist. Das ist enorm. Die Zelte sind ja nicht alle genau gleich groß, aber so in etwa gibt es Schwabenbräuzelt auch wieder, wie die Zelte aussehen von der Größe her. Also, so ein Zelt ist 92 Meter lang, 50 Meter breit, hat eine Höhe von 14 Meter. Der Aufbau eines Zeltes auf dem Wasser und dauert mindestens zehn Wochen. Abgebaut ist es in fünf Wochen, da geht es schneller, etwas zu zerstören geht es schneller. Das Schwabenbräuzelt hat etwa 5.500 Sitzplätze. Und da habe ich auch noch eine Zahl, nämlich die Stoffbahnen für die Dekoration eines solchen Zeltes sind sechs Kilometer. Ja, Trongschön, viel Gott, hat er gesagt, also die Gäste aus Bayern, die Bierkutscher. Das ist doch schön, wenn wir so viele wunderbare Gäste hier bei uns haben. Und aus dem Bayerischen genauso gerne natürlich haben wir unsere Gäste aus dem Badischen. Und nach Baden springen wir jetzt. Und zwar nach Oberhamersbach, in das Löblich-Reichtal-Hamersbach, nach Zell am Hamersbach zur historischen Bürgerwehr. Mit den entsprechenden Trachtenträgern natürlich dabei. Wunderschöne Haube haben sie auch. Und Oberhamersbach hat es später gehört zum Ortenau-Kreis. Und ist erstmals erwähnt im Jahr 1139. Und jetzt lauschen wir einfach bei diesen schönen Mädchen den Klängen des Spielmannszuges. So, der Hammersee, jetzt die historische Bürgerwehr. Mit ihren ganz besonders auffälligen Büscheln auf dem Hut. Und mitten unter den Bürgerwehr-Teilnehmern ist jetzt der Martin. Und jetzt erfahren wir ein bisschen was über die Aufgaben und was ein Bürgerwehr so macht. So, bei mir ist der Fridolin Leifer aus Oberhamersbach, wenn ich es richtig sage. Und der, guck jetzt mal, wunderschön angezogen. Das ist ein sogenannter Glanzkittel. Und der glänzt auch, gell? Ja, das ist ein reiner Kittel, der mit Wachs, mit Bienenwachs eingewachsen wird und schwarz gefärbt. Schwarz gefärbt. Und ich habe aber Gläser, wir müssten irgendwie mit Steinen polieren. Kann das sein? Ja, genau. Ja, beschreiben Sie mal. Ach gut, das mit Steinen polieren war früher. Heute wird es natürlich ein bisschen maschinell gemacht. Kaufen wir den Stoff auch direkt beim Schneider dann, ja. Ja, okay, also Sie machen es sich auch gemütlich heute bei der Bürgerwehr. Ja, genau. Und was macht die Bürgerwehr früher und was macht sie heute? Früher schon repräsentieren, den Ort vertreten und das machen wir auch heute noch, ja. Heute hauptsächlich für die Kurgäste. Wir von der Trachtetanzgruppe machen sehr viele Heimatabende bei uns im Tal. Ja, allgemein Tracht pflegen und gemütlich zusammen sein. Jawohl, was ganz Wichtiges. Hans-Peter, du bist auch gern gemütlich zusammen mit Gerd, oder? Das kann man genau so sagen, lieber Martin. Wir haben es auch gern gemütlich. Werden wir hier nochmal die Waffenträger der historischen Bürgerwehr zeigen. Wie gesagt, es wird gerade schon angesprochen, Hauptaufgabe heutzutage die Begleitung bei kirchlichen Festen in den Prozessionen. Und in Oberhamersbach ist der wichtigste Tag, der sogenannte Herrgottstag an Fronleichnam. Oder das Patrozinium, und das nennt sich in Oberhamersbach die Gallen-Kilvi. Die Trachtengruppe der Banatersparen vom Kreisland-Messlingen. Okay, liebe Zuschauer, der Umzug ist schon wieder vorbei. Zwei Stunden sind rumgegangen wie gar nichts. Hans-Peter, warst du zufrieden? Ich bin zufrieden. Mir hat es vor allem auch gefallen, dass die musikalischen Darbietungen hier waren. Also Musikfreunde sind heute wirklich auf ihre Kosten gekommen, Martin. Ja, sensationell. So ein tolles Wetter und so eine tolle Truppe. Groß, großes Kompliment von mir. Auch auf der Vase würde ich sagen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Liebe Zuschauer, wir wollen natürlich noch einmal aufs Rätsel hinweisen. Also, die Frage lautet, das wievielte Cannstatter Volksfest feiern wir in diesem Jahr. Die Adresse, wo sie ihre Postkarte hinschicken, ist eingeblendet. Oder E-Mail. Wir kommen zum Ende, schaut sich mal noch mal dieses Wahnsinns-Teil an. Das nehmen wir mit in die Redaktion. Als Erinnerung, so ein Schlag auf der Krug übrigens. Das hat das letzte Mal Funk für 30 Jahre gegeben vom Oberbürgermeister, damals Manfred Rommel. So, wir kommen zum Ende. Wir schossen miteinander an, wir haben es uns verdient. Liebe Zuschauer, auf einen schönen Vase. Die Grüge hoch! Die Grüge hoch, zum Wohl! Die Grüge hoch, zum Wohl! Die Grüge hoch, zum Wohl!